Um mit dem Panther von Level 3 auf Level 4 zu kommen, müssen wir 10 Gegner heimlich töten, 2 Gegner im Nahkampf und 3 Gegner mit einer MP ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Das sollte überhaupt kein Problem sein, zumal wir ein erweitertes Magazin benutzen. Von 2 Gegner im Nahkampf sind auch kein Problem, wir haben Blendgranaten dabei. Ich höre Stimmen, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Irgendwo da hinten. Wenn so eine kleine Patrouille, die da rumsteht oder läuft, ist perfekt für die Nahkampftötungen. Da sind sie. Hab euch gefunden. Ihr Luschen. Huch. Sag mal. Warum hat es... Ich wollte den anderen nehmen, aber egal. Gut. Ich sehe nichts, aber die Kamera ist ein bisschen überfordert. Aber wir haben... Ich sehe überhaupt nichts. Schade. Aber gut. Damit haben wir die zwei Nahkampftötungen schon erledigt. Und der erste Gegner war auch noch heimlich, weil der noch geblendet war. Daher alles gut. So, hier vorne ist eine... Eine Farm. Hier hinten höre ich irgendwo Schüsse, aber die hören sich weiter weg an. Zehn Gegner, also noch neun Gegner. Und drei. Und der MP. Aber die brauche ich gar nicht aufzuzählen, denn die kommen einfach. Das passiert einfach so. Während wir die andere Herausforderung angehen. Ich verzichte mal auf Scouten mit der Drohne. Wenn kein Fahrzeug kommt, müssten wir das eigentlich auch so hinkriegen. Ich meine, es sind nur neun Gegner. So, wir haben einen hier. So, da kommt einer aus der Tür raus. Zumindest hat er gerade die Tür aufgegangen. Hier. Das waren zwei. Dann fliegt die Amazon Drohne. Geh hier mal hinten rum. Das sehen wir da ja drinnen gerade einen Gegner. Da haben wir den dritten. So, das war die. Fehlen nur noch sechs Gegner heimlich. Jaja, geht ihr mal nachsehen. Macht ihr das. Geht ihr mal nachsehen, kein Problem. Geht ihr mal sterben. Oh, der hat ihn gefunden. Zählt das jetzt noch als heimlich, weil die nur Feindkontakt... Aber die wissen nicht, wo ich bin. Die wissen nur, dass hier jemand ist, aber nicht wo. Oh. Nun. Schauen wir hier mal rein. Das ist das Treppenhaus. Ah, Gegner. Nicht so nah an die Ecke. Das war Nummer 5. Nummer 5 lebt, war gestern. Nummer 5 ist tot. Nummer 6 und 7 ebenfalls. Nummer 8. Wenn ich dem Ding eine EMP hinwerfe. Ich muss die mit der EMP... Ne, ich muss die gar nicht mit der EMP töten. Ich habe da noch einen Gegner gehört. Funker. So, das war der Letzte. Wenn ich jetzt... Granate... ...den Ding da hinten werfe. Das war Nummer 10. Auch gut. Und das... Ja, der Geschützturm hat es überlebt. Na gut. Aber wir sind auf Stufe 4 und das ist sehr nice.